Einmischung erwünscht bedeutet, dass man sich als Bürgerinnen und Bürger zunächst einmal bewusst wird, dass das, wie die Welt heute ist, unsere Gesellschaftsstrukturen, dass alles veränderlich ist. Und dass es in unserer Hand liegt, diese Veränderungen mitzugestalten. Es kann sehr schlecht werden, es kann sehr gut werden. Und dass wir diesen Gestaltungsmoment erstens erfahren, also davon wissen. Und im zweiten Moment dann ihn nutzen, um eine Gesellschaft so zu gestalten, wie wir glauben, dass sie gerechter werden könnte für alle. So wie wir uns eine gerechte Gesellschaft, eine plurale, friedliche Gesellschaft vorstellen. Und an dieser Vision können wir gemeinsam arbeiten.